Das erste richtige Mal, das war im Auto, als wir da so jung und wild, wie heißt das immer im Baccarat Roman, ihre jugendlichen Heizchenkörper waren eng umschlungen, da wurde die Tür aufgerissen und der Vater kam in der Knarre hin. Ja, und obwohl der nicht abgedrückt hatte, hatte sich ein Schuss gelöst. Ich bin nebenbei noch in einem Ball am Joggentum. Im Ball für die reifere Jugend. Klingt komisch? Ist aber. Ich sag jetzt mal nicht so zweiter Sturm, eher fünfter warmer Hauch. Also ich sag mal so, Bluse, Größe 44, bei Kleidergröße 56. Also die kommt dann auch zu dich und sagt, Herr Kapellmeister, spielen Sie mal das Lied mit dem Damm. Keine Nichts, wenn der Dägen fährt, Damm, 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 Damm. Kino-Mustik kommt ja immer voll gut an bei euch. Wahrscheinlich wegen der Erinnerung, weil früher musstest du ja zweimal im Kino gehen, damit du einmal den Film gesehen hast. Ja, ja. Damals. Applaus Vielen Dank.